der vierte tag im herbst ja 1 war das jetzt laut genug für dich jolo nein okay dann machst nächste folge noch laut im moment muss man megafon suchen okay morgen wird klauen sonniger zeit kommen wir zeit kommen wir zeit das genervt mehr zeit mehr zeit da ist das fertig geil schön wir können wir öfters ernten und guck mal die hat hier nee das kannst du nicht hier waren die ersten süßkartoffeln auch fertig das heißt es fehlt noch ein kürbis wenn ich die machte fünf mal fünf vier mal fünf ich gieß erst mal was sinnvolles gegenüber dir was ich mache hier ja ich tue da doch was sein wird hier auch schon mal mir falls du mir suchst das soll das da behalten dass das da behalten wir ich habe selber aubergine gesammelt muss aber hast du eine normale ja ich hatte eine normale wird wie gesagt noch der kürbis er legt hier oben in die kiste dann bringe ich dann gleich süßkartoffeln aubergine weg weg hau ab ja schon so da hast du es halt noch ganz auch gleich mitnehmen hast du mal endlich ein ei in der hand so dass der verkaufen war der frau nummer zwei bedienen ist natürlich nicht wissen man muss ja bedenken wir nehmen an einem tag mehrere folgen auf das stimmt was sonst würden wir auch manche durcheinander kommen nicht nur das überlegt mal wenn wir jeden abend aufnehmen müssten was das für ein stress geläubel ja wir wollen ja eher aus spaß das spielen und deswegen spielen wir das lieber aus mit einer reihe einer reihe durch oder ja macht doch so sehr spaß jeder abend so eine viertel stunde oder so das spiel zu spielen ja dann war dann kriege ich schnell mal verliert man schnell die lust so alle kula bevor ich gerade bei der cola den gießen es geht noch von vergessen so fehlt nur noch der kürbis haben wir schon das nächste paket fertig sehr schön und glaube das ist also wenn wir die tiere produkte haben dann können wir so langsam und schalten wir glaube ich das gefächshaus frei suche nach einem freund der mir brombeeren bringen was er gerade mit der brombeerzeit das noch mal gucken was noch mal die schweine kostet 10.000 glaube ich oder 20.000 sogar gucken was nichts zu tun ich bin ja schon am ließen hier bin ich schon fast durch ist alles okay ich habe noch keine bombeeren gefunden oder ich bin drauf vorbeigeladen immerhin geht es um dich hier liegt eine brombeere jetzt muss ich noch mal gucken wir waren immer so gut oder essen habe ich den richtigen kopf ist das der blonde dafür dass ich nämlich die ganze arbeit mache dafür dass ich eine von den schokotorten essen okay ich verstehe schon worauf das hinausläuft schmeckt so lecker zwei große jetzt wir haben zwei große eier da kann ich dich ja mal wieder engagieren bei sorra mir mit auf dem server zu spielen über 2000 schokotorten die sind auch gut glaubt mir die sind von dir ist ja hundertprozentig nicht mehr gut die gewürzbeere eine lachsbeere und zwei brombeeren wo steckst du ja zwei brombeeren zwei lachsbeeren und eine gewürzbeere aus der höhle sehr ist ganz verkaufen wird ja aber ich habe schon eine ok aber es hängt in seinem zimmer fest also nutze ich die zeit und geangeln und noch zu ende gießen aber ich weiß dass morgen wechseln dann gehst du dir alleine wenn es wieder sonnig ist hier ist es noch ein lachs irgendwie finde ich nur lachse ich glaube ich muss für den glasaugenbarsch oben an den bergsee aber ich stehe gerade hier unten so gut finden das hätte ich noch mal aus bequem die hau guck du fett durch stand total mir nicht und mir gerade angezeigt weil ich gerade mangel bin warte 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 hier tausend dank ja zu klassen und 60 naja egal ich gehe zu klassen ich gehe doch schon das ist egal es geht eher darum dass er was verloren hat die beine in die hand und lauf endlich mal als wenn es kein morgen lauf als wenn es da oben freies essen gibt es ist auch folge von jolo lächer an die nation wenn wir sie haben keine kriegen durch eine krägen getroffen zog 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 gold ich habe ich habe das ende vom zug noch gesehen vom zug und zu jahre ich habe zwei gold erz bekommen jetzt ruf ich doch was wohin zu euch rum bin noch am ernten und arbeiten auf dem hof ich habe mir noch die maschine wund hier gegenüber laufen können ich acker mir die finger wund bin hier halb am k.o. umfallen und was machst du komm mal vor robins haus ah vergessen es hat sich erledigt du hast ein verlorenes buch ne da lag also ich habe ein verlorenes buch ausgebuddelt und das wollte mich ins bett haben wir noch eichenharz ja die daumen dass wir noch irgendwo eichenharz haben ja haben wir die seite was wir nicht haben ist das süße zeug diesen eisenbacher haben wir sie ruf verbrachen was baust du besser in e noch 7 und das holz was brauchst du holz dann jemand das da schnippe dem was besser gebaut oder nein eisenbacher und sieben und kohle haben wir noch ahrensirup haben wir nicht daran mangels doch ein 1 haben wir echt so viel weißt du über unsere lagerbestand hier ich weiß nur weil wir haben ob ein baum oder nur kann ich auch noch zusätzlich ein von den bienenkästen bauen oh ja sehr schön wir müssen irgendwo mal gucken dass wir da ja an platz also eine platage machen wo wir halt mal irgendwie von jedem baum fünf stück hinstellen da müssen wir gucken weil wir brauchen sie die idee wohin zwischen den feldern und den tier tierfläche der soll der weg herunterführen müssen wir nicht links und rechts da so wir haben drei verschiedene bäume passt nicht ja und ich finde halt diese weiß ich habe das gerne dass man sieht was wo etwas dranhängt und so wenn die halt hintereinander stehen sieht man das nicht ja schutzruhe 15 bei ich kann ich nicht ich will ja ich hab's weggeworfen ok dann gehe ich zurück pack mal die nämlich hier oben hin noch die ganzen blöden blitze blätter dabei weil ich sie nicht aufgestellt habe selber schuld ja ich weiß die kraftwerk telefoniert auf seinen schlafplatz da oben hast du den hund schon gegossen ich habe den hund schon gegossen das kommt hier rein und überlegen weil das mineral ist eigentlich mineral und hat nichts eigentlich in der droh zu suchen aber wirst du schon von mir machst du dir jetzt darüber zeigen gestellt welche aufräume umräume wird das nicht so weit alles ziel vom haus zu entfernen was man sagen wird sie mir was sagen willst du ja was denn ich hätte gerade nicht verstanden ich glaube und hopfen geht das auch aber ich muss glaube ich walzen da reinwerfen der helles wie er sich doch das hoffen wir müssen auch gehen fisch 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 lachs so vorne geode bleibt kommt hier nicht rein das kommt alles hier rein das ist auch ein artefakt und kein mineral die wurde kommt auch da rein das ist ein artefakt mineral mineral gefrorene träne ist ein mineral mineral artefakt mineral hat das alle macht die mineral kiste mal so grau bei der weine schwarze ist doof was natürlich hat die werkzeuge die minentruhe hast du grad grau gemein ich meine ich ok da hast du ja schon gemacht von daher und den rest machen dann irgendwann mal das heißt sobald die dinger leer sind ja wie ich will zurück die branche wieder sobald die dinge der ersten kannst du hier oben hinstellen die einmacht fässer kannst du hier eine reihe darunter stellen dann vier stück nebenan noch ich glaube die einmacht ferrister brauchen wir später eh nicht mehr also ich verwende sie zumindest eigentlich eher weniger einmacht füste kann trotzdem gebrauchen weil es wird trotzdem noch sagen irgendwas was da gemacht wird muss würde ich gehen zum bett guten macht prost und frohe weihnachten und guten rutsch ins neue jahr so spät schon ein fahrsort ruf sich ich suche mal vielleicht morgen dafür ein platzieren ansonsten ich gehe kurz mit ok das wird so ziemlich müssen wir müssen jetzt auch mal gucken die hat die ölpresse müssen wir mal gucken naja die grüße lohnt sich noch nicht ist uns bett ins bett stuhl käse noch schon lange sitzt schon die ganze zeit im bett durchgelaufen was ich wieder verdient habe für uns ja 3.399 3 399 80 naja auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen stoppt ein panda vorbei bis zur nächsten folge tschüss 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 tschüss